Magdeburgs Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper gibt am 26. September wieder Kindern und Jugendlichen Gelegenheit, ihre Kritik und Wünsche zur Stadtentwicklung direkt im Rathaus anzubringen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. 20 Minuten Zeit will sich der Stadtoberhaupt für jeden Besucher nehmen. Analog zu seiner regelmäßigen Bürgersprechstunde, die es in Magdeburg bereits seit 1995 gibt, bittet der Oberbürgermeister auch seine jugendlichen Gäste um Voranmeldungen, damit eine Vorbereitung und sachkundige Beratungen auch zu Detailproblemen möglich ist. Anmeldungen für die Kinder- und Jugendsprechstunde am 26. September ab 15 Uhr nimmt Karin Ellermann vom Büro des Oberbürgermeisters telefonisch unter der Rufnummer 0391 540 2510 oder per E-Mail unter dem Betreff Kinder- und Jugendsprechstunde entgegen. Sie bittet darum, neben Namen und Alter des Kindes auch Angaben zum Anliegen zu machen. Eltern können ihre Sprösslinge gern begleiten, sollten aber beim Gespräch mit dem Oberbürgermeister nur ausnahmsweise dabei sein.